Dieses zum Kauf angebotene renovierungsbedürftige 4-Zimmer-Bauernhaus befindet sich in Epfendorf. Das im Jahr 1945 erbaute Gebäude wird über eine Ofenheizung beheizt. Das im Jahr 1945 erbaute Gebäude wird über eine Ofenheizung beheizt. Das ist ein Jahr 1945 erbaute Gebäude wird über eine Ofenheizung beheizt. Das ist ein Jahr 1945 erbaute Gebäude. Auf einer Grundstücksfläche von ca. 1520 Quadratmetern bietet das Haus eine Wohnfläche von ca. 136 Quadratmetern. Das Gebäude hat einen Kaufpreis von 99.000 Euro. See Immobilien Management GmbH steht Ihnen bei Fragen zur Verfügung. Nachrichteness분 auf 1.500 Quadratmetern von 1.500 Quadratmetern Schuh Wirtschaft & Frisch von Kaes Figuren Aufmerksamber Aufmerksamke Aufmerksam happier Aufmerksamke Ob Velvet